Musik 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 Sie hat mir bloß gerade geschrieben, dass es ihr leid tut Ach nöch Geht mir irgendwie immer tot Ja Musik 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 Ja, das weiß ich, das ist doch kacke Ich hab keine Ahnung, was du da für eine Einstellung, mach doch mal auf Zufall Hast du auf Zufall gestellt? Ja, keine Ahnung Ja, dann bin ich zufällig immer hin Musik Ich muss dann mal klar kommen, bevor ich hier irgendwelche im Späten müsse Also Alles wird angewählt Musik Musik Also irgendeiner ist mir gerade gewaltig in den Arsch gefahren Ah, ich weiß schon wer Musik Musik Der wird ohne Namen, die ja mit den komischen Tyrodysen, oder? Ja, das verstehe ich eh nicht, dass die Leute keinen Namen einvergassen hätten Ja, so fährt er auch Selbst nur mit Hilfe von anderen Fahrzeugen, die vor ihm fahren Und das fährt er auch noch vorbei, macht Fahrerflucht Hakat Mängel Ok, jetzt kommt es zusammen zuketend Okay Und das ist music aber ich habe gerade was tolles festgestellt wenn du hier bei der grünen Fläche in der scharfen S-Kurve wenn du da durchfährst und nicht Gas gibst also wenn du zu schnell bist gibst kein Gas und fährst durch kriegst du keine Zeitstrafe das war echt lustig interessant festzustellen das hätte man jetzt nicht gesagt weil jeder probiert das jetzt aus ne nur bei der scharfen S-Kurve ja ich weiß welche das hat mir schon mal jemand gesagt dass es da irgendwie so ein Wack ist oder offiziell zugelassen und mir ist es gerade passiert ich bin zu schnell rein wegen dem Nachstoßen und habe sie gebremst und bin geradeaus weiter gefahren habe das ganze Ding abgekürzt und habe keine Zeitstrafe ich wollte das ja auch gerne mal ausdrücken aber irgendwie wird man immer ausdrücken das ist doch scheiße ich meine Strecke wo mir das Auto mal ein bisschen auf der Strecke liegen werden möchte ach schaafen noch ein paar Abplötungen ja das ist das rauch ich komme wieder ich muss mich Ohhhh. Blitz, du kämpfst aber echt mit allen Bandagen, oder? Wenn einer innen ist... Na, du hast gerade rausgeschoben, ich war rechts von dir. Dann bedanke ich mich bei dir. Sorry, one on team. Z Enemy. Well, let's get that out. Yeah, it's time. Well, I did the best I took. Yeah cool, wave. No, no, let's go. We'll go. Und gibt es halt allein. Und hier,iovascular rein! Ein Theopieten,스가 so vorgegangen ist der Überlebenden Obviously. Das muss ich jetzt daspsieren. Das ist die letzte Runde, ja. Ja. Die macht nichts oder so, irgendwie richtig offi, also den weiß er nicht immer mehr nicht funktioniert, weil ich es nicht machen kann. Oh, das ist doch wohl ein Scherz, oder? Das hat sie dann nicht, sie wartet auch, das hat sie dann bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Siehste, Blitz, und das ist der Unterschied, sie wartet, du hast nicht gewartet, nachdem du mich raus hast. Okay, ich bin mal kurz am Telefon. Jo. Für ein Schrott, ey. Wow, 410 Dollar habe ich gewonnen, geil. Also, BTV1 ist schon mal nicht mein Ding. Ich werde ihm mal sehen, was uns jetzt herrottet. Ja, genau.